Mitte 1935, Dietrich von der Tischtennisfamilie Dietrich aus Regensburg. Die E-Gardin spielt extrem erfolgreich seit Jahrzehnten, Gärte Dietrich. Und jetzt haben sie auch ihre Tochter ins Rennen geschickt und die ist auch in Bayern. Das schätze ich mal, Top 10, Plus Minus, wie auch immer. Familienbetrieb Dietrich, ich glaube, da gibt es sogar noch in der Verwandtschaftsverweiterung, wie auch immer. Und der Satz ist weg für den Eschenauer, der bei der mittelfränkischen Seniorenmeisterschaft im Einzelnen seiner Altersklasse groß aufgetrumpft hat. Ich glaube, er hat da den ersten Platz gelegt. Stückenkörner 9-7 Stückenkörner 9-7 Stückenkörner 9-7 An den U-Fahrt gehen wir mal wieder hier zum FCA-Genau, denn dieses Doppeltörner-U-Fahrt, das gibt es komplett als Stativvideo auf dem YouTube-Kanal von Reinhard Steinbrücker unter Oxenfoltz 2017. Zu lange überlegt, machen Rückhand. So, es war schon konsequenter. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.